schon 50 50 46 ich muss ja ganz ehrlich sagen ich bin jetzt nie in allen runden die wir gespielt haben einmal bis jetzt gestorben oder einmal aber meistens mit dem freig ich will aber reichen spiel ja so leute für ich weiß eigentlich warum ich sage warum soll ich mich entschuldigen für den murks den wildcard hier aus macht tut ich muss aber ganz ehrlich sagen wenn ich hätte auch bock gehabt auf starship troopers das hat irgendwie voll bock gemacht letztes mal und fand es auch irgendwie schade dass wir es nicht mehr direkt dann am nächsten oder übernächsten tag dann weiter gespielt haben noch mal das war jetzt am 29 das ist ja jetzt auch schon ein paar tage her vor einer stunde ist eine diskussion aufgetreten dass wenn man auf download klickt einfach nur gestartet wird aber die mod also die map halt nicht kommt ja das haben wir als vor der anderen halt viel dann als kommentare mit 10 7 7 7 7 und so und irgendeiner hat irgendwann geschrieben der download resource address not available wait some minutes wie viele minutes will er noch warten dann weiß was ich meine ja ja kannst du vergessen ich habe lange keine keine fotos mehr gemacht bei hand ich habe dem ohrringloch geschossen bestimmt ich mag die kühe also jetzt nicht diese abend ausgerufen aber ich will die ich muss ganz ehrlich sagen die die pferde die tun mir irgendwie nicht leid wenn ich sehr schieße aber wie traurig die kuckuck die augen ja ich weiß jetzt bin ich sie blind weil das oft so ein zeichen ist dafür dass sie sind hallo spielen die gute traurig also das pferd hat er wenigstens den ganzen körper aufgerissen dann versteht man ja okay aber fährt sollte man wenigstens abmoksen ist krank tot oder sonst was was ist denn mit der kub passiert irgendwie ausgerufen hat aus haben sie aber gut hinbekommen die frage ist was macht akuma mit der hand hinten ziemlich eigenartig was machst du eigentlich akuma guck mal gucken wie das aussieht wie das aussieht bei dir ja ich wollte da gleich was du gemacht bist du dich ich neun also wenn ich kurz vorm rheinland bin dann bücken sie sich meistens was tut sie da was bist du eigentlich du bist cowboy indianer in einer zigeunerin ja stimmt okay das passt sie perfekt auf das denn wenn ich mal kommt rein weil ich unser ziel hier im spiel sachen tun ja das ist wie also mehr ist es eine schaufel wie spät ist es eigentlich vielleicht halb verdammte kacke verdammte was das sagt man nicht ist mir egal dass ich trotzdem sagen irgendwer hinter euch das wichtige dinge tun in der ritze kratzen ja das hat akuma gerade gemacht habe ich jetzt eigentlich immer noch arg als titel stehen ja kann man das immer hat ist ja jemand da der es ändern können zum beispiel tiger stelle mal auf besonderes event wir warten auf arg auf den release besonderer event wo kommen die denn her die ganzen enten man den schatten gesehen wo ist die ent gewesen das heißt ich muss richtig hand schreiben sonst kommt hand das spiel hand das also eingesehen ok dankeschön ich brauchte man pink mal langsam ja tu mal was hier irgendwo oder gerade keine ahnung wo hingelaufen ist unter dem ding beim hinweis habe sie geteckt war eine dame mit einem hut hinten dran also glaube ich gleiche charakter wie die die akuma er hat so eine hute am rücken gehabt weiter gelaufen muss darüber interessanterweise war sie aber immer noch alleine dort sind bei dir rüber gekommen kannst du noch mal pingen oh komm mal komm mal komm mal what the fuck wo denn jetzt wo denn jetzt geschossen wird der koffer sind das koffersymbol finde ich irgendwie viel zu groß geworden worauf schießt du einer war hier und einer da vorne hier ist wirklich einer hier ist einer drin immer noch ja ich stehe mitten auf der straße von den live gerade auf der straße von den live gerade und dann die 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 Laufen hier raus. Einer ist hier. Hier hinten. Ist immer noch da. Genau, einer ist hier rübergesprungen. Ist jetzt hier. Ist unter dem Wasserturm. Ups, ich wollte nicht schießen. Ich wollte eigentlich da hinlegen. Einer ist unter dem Wasserturm. Da ist gerade der langer Runderkopper. Mit. Looted. Leider nicht gerecht. War keine Spock. Bis jetzt hat mich noch keiner gesehen. Hallo, ich bin auch hier. Für mich Spezialmoni vergessen wir noch mal. Gut gemacht, Benny. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo. Oh, nö. Ich würde es doch nicht wundern, wenn die einfach weggerannt sind. Meinst du? Geh jetzt ran. Da hinten. Ehrlich? Alle oder einer? Einer. Ich habe einen gesehen. Ich habe die alle angeschossen. Ich bin schon gebückt. Ich bin schon gebückt gewesen. Das soll die sollten rumhoffen. What the heck? Kann ich dich gut aufheben? Nein. Nein. Ich bin richtig offen. Nein, du liegst nicht offen. Schlägt. Hebt dich. Das ist sowas von gut auf. Oh, schon wieder falsche Taste E. Wo ist die Taste F hier? Ich drücke mal E. Ach so, Benny. Let's go. Sehr schön. Weiter gegangen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen gesehen. Ich habe nur welche Schüsse gehört. Also ganz kurz gesehen. Ganz kurz hat sich da jemand immer hoch und runter. Irgendwie ein Kollege mit einem schwarzen Cowboyhut. Ich habe irgendeinen getroffen. Der war sogar hier gewesen. Aber ist keiner mehr da. Sollen wir eigentlich an denen da rumhampeln? Oder wollen wir eigentlich weitermachen? Wir sind echt weit weg von allem hier noch. Ja, ist doch ihr. Weil wir haben... Die sind gar nicht so weit weg. Die sind hier. Sicher. Ich habe gerade einen Ast geknackt, ja. Da war auch ein Zombie gewesen. Nee, da ist er. So was weißes. Ja, machen Zombies. Wo kannst du mal pingen? Da hinten? Da hinten? Da kommt schon dabei. Benny ist schon bei dir. Aber ich habe keine Ahnung. Hier bei dem. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Da hinten? Ich kann mich heilen. Ich bin echt langsamer als der mit der Waffe. Wir gehen mal hier zum Teammitglieder. Zu gucken. Schade. Den habe ich aber eingeschossen gehabt, ne? Der war jetzt mit dem Leben nicht mehr so gut. Frage ist mal wo. War so ein Sombrero-Typ. Der kommt hier, Pümpchen. Komm, 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 komm. Sehr schön. Lootet. Der muss sich erst mal entbluten. Es waren aber noch zwei. Ding nicht. Nochmal Blut. Tot. Gauber. Heißblutung. Er scheißt durch so rum. Dankeschön. Der gibt hier. Ach so, der hat doch bloß noch zwei Schuss gehabt. Ja, mit GERL. Der macht zwei Tote. Ein paar Biken wieder rein, ey. Hui doch. Ja, Profil können wir vergessen. Hier ist einer. Oh, der hat gar nicht gesehen. Ach, sind das ja alle. Ach, haben wir alle wirklich gekillt? Na ja, ich sehe drei Leichen jetzt. Hm, okay. Eins, zwei. Da sehe ich hier gerade nur. Der den anderen wie aufgehoben, den ich erschossen hatte. Guckst du raus. Egal, zündig an. Hast du schon geloadet, Dex? Ja. Ja, ja. Warte, kannst du euch anzünden. Ich habe es nicht so mit dem Looten. Ja, die sind draus. Haben die auch den anderen Boss gemacht? Sind die das? Ja. Die andere Trophäe ist auch mit raus schon. Okay. Wir haben es noch denselben Ausgang. Ja, der Fall ist am nächsten. Sonst ist es ein bisschen weit sonst. Boah, voll weit laufen überhaupt. Ja. Die werden wieso von dem dritten Spieler noch aufgehoben? Oder haben wir es wirklich drei gekeilt? Nee, nee, waren es zwei. Ich habe nur zwei Leichen gesehen. Oh, Kasse. Oh, naja, Kasse ist von meinem Gehirn. 50. 50. Ja. Ey. Du darfst nicht rennen. Das weißt du. Du musst Ausdauer haben. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Hallo, Sammy. Oh, nein, da kommt der Spieler wieder. Ne, 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 ne. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, die Runden waren, überhaupt alle Runden, die wir jetzt bis jetzt gespielt haben, sehr gut, ne? Ja, ein bisschen, aber ja. Findest du? Ja, ich bin halt davon umgefallen. Meistens mit Trades, aber ich bin halt umgefallen. Ich bin halt auch ohne Klappe gefallen. Ich finde, oh, Entschuldigung. Oh, den Nico. Der Nico, der ist irgendwie, der kann nicht mehr so weit. Kann das sein? Nee, das haben wir immer schon mit Klappe. Haben sie vergessen? Oder nicht? Nee, das war schon immer so. Immer so? Ja. Ich habe mir das Gefühl gehabt, dass ich ja da irgendwie fast neben dir stehen muss und dann Mund-zu-Mund-Beatmung machen musste. Kommt zurück! Ich glaube, das kommt dir jetzt nur so vor, weil hier so wenig Deckung war. Ah ja, wir sind doch schon fast dran. Drei Minüte! Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also enttäuscht nicht, dass es, ich habe es, nicht, dass es nicht gekommen ist, also erschienen ist, aber weil es nicht erschienen ist. Jetzt ist das zur Erklärung. Ich habe mir ja schon gedacht, dass es nicht kommt, aber da ich ja im Moment nicht so viel Zeit habe, war mir dieser Tag eigentlich sehr wichtig. Ja gut. Dann nicht. Weil am Wochenende, Samstag, Sonntag wird das vielleicht am Samstag. Samstag bin ich nicht da. Am Sonntag mal. Ach, Mann. Das ist auch so eine Ölplattform. Beni! Muss laufen! Zeit knappe! Also mit der Musik kann man immer sehr gut durchspurken. Ja, das ist geil. Ah ja, wir sind das sogar da. Darum ist doch der Ausgang. Passt doch Fallen auf. Niemals! Besonders Bären-Traps, die neuen. Warum? Weil die in dem Grau, weil es graue Bären-Traps sind und die man nicht so einfach sieht. Ah. says давай, Tad, tada, tada, tada. Tad, tad, tata, tada. Ja, René, das kannst du echt für die Pfeife rauchen. Also die Kollegen hier von Wildcard. Nimm ich mal ein Beispiel hier an die Kollegen von Crytek und Co., die Hand raushauen und updaten. Die hören komplett auf die Community. Es gibt einige Sachen natürlich, die immer mal so nicht dem passen. Aber es läuft immer pünktlich. Alles so, wie es sein soll. Dann kommen die auch pünktlich raus. Wow, es ist 49. So lädt mich einer von euch ein. Bin doch rausgeführt. Habe ich irgendjemand getötet und bin ich einfach nur umgefallen. Ich glaube, da seid ihr auch noch nicht drin. Bin ich dran? Akku mehr. Und für gleichzeitig viel Hand und Konsole und PC, ja. Ich habe Hunger. Was machen wir? Oh, ich habe hier noch ein Böhnchen. Nee, muss pollern. Ich habe gerade die gemacht. Ich gehe immer kurz pollern. Mhm. Okay. Mhm. Okay, ich habe mir wieder Mikro genommen Be right, ich esse meine kleine Birne hier Ja, Lissi, das war Wildcard immer schon Du musst mal bei Wildcard, bei Twitch, bei den Twitch-Livestreams dabei sein Ich glaube, die blenden komplett den Stream aus Würde ich aber auch machen Ich glaube, bei den ganzen Shitstormen, die die immer bekommen Ich würde den Chat auch einfach ausblenden und auf gar keine Fragen und Kommentare antworten Der Chat, der explodiert da Tausende von Zuschauern, die schreiben da alles Mögliche an Hater-Kommentaren Weil das läuft überhaupt nicht bei denen Und die machen ganz gemütlich den Stream Das ist eine Mini-Birne, genau, die schmecken immer super süß Guck mal Da ist sogar ein Pickel hier Mini-Birne und ein Poloch Irgendwie vermisse ich so ein bisschen die Die Sümpfe Den Discord-Chat Dann erzähl mal, was gibt's denn da zu schreiben Das Bio, ja, ist von meinem Garten Oh, die ist schon tot Warum starten denn die Runden immer so schnell? Wo weiß ich denn, dass die so schnell gestartet sind? Hä? Weil ich's gesehen hab Hä? Wie? Was? Wo? Ja, sonst hast du immer noch gefühlt fünf Minuten dastehen Warten auf andere Spieler Das meine ich Achso Und das startet ja immer gerade Mensch, Mensch, Mensch Ich hab mir auch noch die falsche Spritze rein gehauen Toll Ich hab mir ne Regenerationsspritze reingeschraut Mensch, Benni, jetzt haben sie die Farbe Farblich extra Ich bin doch farben Ich kann hier nicht die Wiesen Aber richtig Wurzen Machst du das bis zu dir? Ja Wenn ich genau drauf konzentrierst Kannst du sogar die kleinen Details noch hören Die kleinen Kackflitzer Spritzer meine ich Geh mir mal rein Hier war ich noch nie drin War nicht diese Dodo-Zeit Oh, hier gibt's ne Müsli-Box Oh, ich bin voll Oh Was war mit der Dodo-Zeit? Ich meine, hast du nicht die Dodo-Zeit des Wegseins? Ne Was heißt das? Dodo sagt immer, ich bin mal kurz weg Ich bin so 20 Minuten später Die meisten sind dann schon durch Ne, ich bin dann kicken René, schießt los Wer war denn denn? Da raus Von Amore Was? Ich bin meine Birne am Essen hier Ich hab hier auf dem Arsch da Wie sie mich angeguckt hat Ich bin freundlich auch nicht Dodo Oft ist es so, dass wir zwei Hinweise haben Und die liegen nicht nah beieinander Oder wir haben einfach den Boss Banner schon fertig das sieht schon gute leute wie heißt die kreise technischen hier kreisen bei mir ich bin ich mir die grafik hochgeschraubt leute ich habe nicht mal die grafik auf maximum ich weiß nicht ob ihr auf maximum steht aber ich habe alles laut damit ich die gegner sehe ich habe es auch hoch ich habe auch vor also ich könnte auch ultra wohl war halt so hoch das ist sehr schon das spiel finde ich ausgeleckt man merkt sofort dass der code der programmierer code nicht dass der programmierer code passend zum diesen für dieses spiel gemacht wurde hier ist irgendwie läuft einfach flüssig einfach gut ihre engine ist einfach aufgeräumt und ja die haben nicht so ein spaghetti code wirrwarr gemacht was wildkotter mummer oh mein geschehen was ist immer dieser plan dann pang dann ich tot ha 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 oh gott das ist nicht weit weg ist munition wenn du ein bisschen ungeschosses hast hier ist noch mal munition für die maxima schießen ich glaube ich mache mein eigenes ich kann da unterschiedliche dinge eingeben ich mach da ganz viele wo noch verschiedenste furcht geräusche sind Du kennst doch bestimmt das Steam Deck, ne? Stream Deck. Es gibt ja auch die billigeren Varianten. Du musst nicht unbedingt so ein teures Stream Deck nehmen. Du kannst ja auch eine billigere Variante nehmen. Du könntest theoretisch auch so diese ich sag mal Extra-Tastatur-Teile. Ja, genau. Wo du hier einfach nur so ein Lumpad zum Beispiel hast. Das könntest du dafür auch benutzen. Genau. Es gibt sogar Apps dafür, gell? Es gibt sogar Apps dafür. Du kannst das auf dem Smartphone dann auch machen. Ja. Gibt sogar auch von Elgato. Oh ne, auf dem Smartphone hätte ich zu viel Freie. Da könnte ich zu viele Sounds haben. Sind Spieler hier? Ne, ne? Ne, ist weiß. Was ist das los? Akuma hat nur Speedkill gemacht. So, mal sehen, ob wir das jetzt besser verteidigen können. Ich sag' klar. Ich möchte kurz mal was ausprobieren. Geh mal hier bitte weg. Du lieber da auch mal. Nicht da reingehen, Dex. Oder Benni, weiß ich nicht. Weil ich will mal gucken, ob ich das mit Sprengpfeilen wegsprengen kann. Ach, mach was. Hier geht's wieder fest irgendwo. Nee. Hier sind sich Fafale. Fafale? Leckere Nudeln. Fafale. Ne, ist mal was anderes. Was von Fafale für Mädchen? Fafale sind die Schmetterlingsnudeln. Fafale, achso. Okay. Ich mag gerade überlegen, was ist eine Fafale? Fafale. 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 Oh, hier ist ein rotes Fass. Ich würde das gerne wegmachen. Darf ich? Warte, warte, bitte, warte, 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 warte. Oh, sie kommen. Mach's uns meine Falle, Boot. Aber die könnte jetzt wegfliehen. Die könnte jetzt aber wegfliehen durch die Explosion. Achso. Ich hab's wegfliehen. Ich hätte vielleicht die Lampe vorher nicht machen sollen. Die wäre sowas von weg. Ah, die Brille. Oh, mein Ars is burning. Burn out. Hier kommen wir nicht rein. Die Girl ist von Fire. Ja, das ist von Fire. Hast du noch irgendwelche anderen Fallen oder sowas? Gibt's noch irgendwelche Löcher, die ich nicht weiß, Akuma? Äh, hier ist schon... Hast du hier die Tür zugemacht? Da hab ich schon Fallerie, Fallera, Faller Hossasar. Ja, oben, ganz oben kommst du auch durchs Dach durch. Wo? Ah, hier hoch. Das hab ich nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Da standst du doch vorhin die ganze Zeit. Ach, das ist hier. Ah, okay. Ich kenn mich mit der Karte hier. Dann kann man da irgendwie hochklettern und man kann hier rein. Dann kommst du halt von dem Ding hier rein. Ja, ich lass jetzt aber jetzt... Oh, Schaufel! Machen wir gleich. Ach, nee, nee. Die Schaufel ist immer gut. Vielleicht beim Nahkampf könnte man die ja nur noch mal nutzen. Haben wir irgendwo eine Müsli-Box hier rumfliegen? Nee. Ich hab den aufgesprengt, deswegen... Pass auf. Ich mach das mal anders. Ich mach mir die Pfanne weg. Ah, Benni! Hallo. Ach, ich mach das mal anders, Leute, okay? Mach das schon. Übrigens, die können auch von irgendwo da reinschießen. Pass auf. Okay, es könnte sein, dass ich mich hier selber Aua mache, aber... Nee. Okay, es ist hier oben zu. Sie können es natürlich aufmachen, aber wir hören das ja, wenn wir da oben rumarbeiten. Ich hab den ganzen, den ganzen kompletten Weg jetzt da oben zu gemacht, damit sie jetzt von allen Seiten nicht reinkommen. Vielleicht klappt das ja. Du, ist ein Eier hier. Mal hier. Voll dicken, die nun saurier Eier. Das ist ja schrottschlau, der gewesen, Dex. Alles frei. Nur runter zu gehen zu den Kingfiecher. Gehen wir runter. Wo ist? Was soll der Geiz? Ich bin mir sicher, dass das nicht mehr heute kommt. Also heute ist ja nicht mehr knapp und nicht mehr lange. Zehn Minuten, noch acht Minuten. Aber es wird auch nicht in der Nacht kommen. Doch, es ist amerikanische Zeit. Wird das dann doch noch passen. Wie viel Uhr wäre es dann, wenn es null Uhr ist in Amerika? Sechs Uhr? Ich weiß, die Zeit zur Unterschiebung bin ich nicht. Ich überlege gerade. Sechs Stunden vor, sechs Stunden nach? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste, glaube ich, sechs Uhr sein. Ich glaube schon. Jetzt zwei Leute im Kompound. Oh, das ist aber Schüsse hier unten. Irgendwo hier unten gewesen. Hier habe ich nicht gesehen. Nee, nicht gehört. Er gehört habe ich meinen. Da, da ist einer. Nee, da hinten sind sie, siehst du? Da hinten laufen sie über die Straße. Keiner zu? Das muss da halt näher rum. Oh, wow, sechs Leute. Ja. Darf ich gar nicht schießen. Manchmal habe ich so Zuckungen in den Wingern. Kein Doppeltrophäe, keiner Bock, aber da. Oh ja. Drei auf hundertfünf und drei im Gebäude. Da oben auf dem Dach sind die. Wird schon die Köppis mal vorgucken sehen. Ja, ich habe auch mal jemanden vorbei, hol ich ihn sehen. Ich gehe mal in eine andere Position. Aber der Väter, die kannst du nicht so gut auf die Distanz schießen. Ich habe Doppelpistole und Bogen, was soll ich denn sagen? Ah. Was ist denn überhaupt doch schon so nah? Oh. Oh, da ganz hinten. Ja, und hier. Ich habe auch eine andere Position genommen, ist mir zu doof da gewesen. Aber ich rutsche ja auch irgendwie. Ich gehe die normale wieder unten jetzt verteilt. Was knallt ihr? Werft ihr? Ich bin das mit der Feil. Ach so. Ich habe gesagt, was haben die denn alles für die Nermitdingens moments? Ich habe übrigens keine Sekunde mehr. Wir auch nicht. Gut. Trophäen tragen können wir. Ja, ich dachte, dass ich Spukka und so. Verbraucht die immer viel zu schnell, deshalb nehme ich die immer nicht. Ja. Toni, du hast da recht, aber normalerweise waren das nicht so, ja, wir machen das um 16 Uhr, ja, wir machen das um 18 Uhr, ja, wir machen das um 21 Uhr, nee, macht euch keine Sorgen, eine Stunde später. Also, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen langweilig, störende, wenn die Leute sich darauf einstellen. Ich habe mich jetzt extra heute darauf eingestellt, ein paar, ein paar Stündchen Arc Apparations zu stellen. Das Spezialmonie kriege ich. Wösch ja, das Spezialmonie hier oben legen. Boah, ich habe eine geile Aussicht von hier oben, aber die Gegner auch auf mich. Und noch? Ist tot, ne? Oder? Okay, noch einer, noch tot. Da, noch da, hinter der Mauer. Ich habe getaggt. Oh. Mamma mia. Mamma mia. Da sind noch einer. Ich konnte nicht mal sprinten und die haben mich nicht getrunken. Ist unter der Brücke, jetzt, guck mal, direkt unter der Brücke hier unten. Unten in der Brücke. Hier kommt es zu dir. Sauber. Ich habe auch noch geschossen, aber ich war zu langsam. Irgendwo von hier wollte ich gerade noch. Hier hinten im Wald war noch einer. Wer noch was hier? Da ist ein Spieler da hinten, wo ich hinkriege. Da hinten. Aber irgendwo hier wurde auch noch gut. Da ist noch jemand, der schleicht hinter der Mauer. Bei dir? Wollt ihr doch die Trophäe, Schnecknimmchen? Im Wasser. So. Ich habe doch gesagt, dass uns das ein paar Kollegen... Ja, ihr wollt ja nicht gehören. Bei da hinten, einer gerade durch und treiben kommt. Einer ist hier vorne. Genau da, wo ich gerade hinping. Ich pingel mein Ping mal weg. Da wird der Ping nicht rumpinkt. Da hinten wird immer noch geschossen. Das bin ich. Du hast da hinten hingeschossen, zum Berg. Ja. Warum? Der eine ist hier im Wald. Hier ist einer. Weil ich die Entfernung noch nicht einschätzen kann. Ah, okay. Aber hier ist einer, wo ich gerade hingepingt habe, ne? Für euch, damit es wisst. Ich mache extra rot, damit man die weißen gekämpft. Noch drei Sekunden. Hier ist Notfalls noch eine Leiche gehen. Hier kannst du dir auch. Schnecken. Nee, außen. Im Wasser liegt halt noch die Lulu. Die ist zu gefährlich, glaube ich. Aufpassen, ne? Im Wald ist einer. Ähm, hier links ist einer. Die sind hier gerade weg. Da, da und da. Das ist ein paar. Der im Wald, der haut ab. Der ist jetzt da hinten. Oh, der ist hier hinter dem Stein. Der kriecht. Ich habe gerade schon sein Kopf. Wie konnte der mich treffen? Ach, ne Sniper. Naja, warum sollten die sonst so? Äh, wenn Niko hat, kann man gerne Niko. Einer ist hier nah dran gewesen, aber gerade habe ich gesehen. Der ist da noch hinter Dex. Ich habe seinen Kopf gesehen. Bei mir aber nicht. Doch, doch. Da auch. Hinter dem Felsen ist der. Ja, aber du hast ein. Äh. Ich würde aber gerne hier den. Aber da hinten ist ein Sniper. Da hinten ist er. Denk an den Bulle. Da hinten noch. Ja, deswegen habe ich ihn weiter nach oben gezählt. Kann ich dich? Kann ich dich auch fragen? Ist soweit, ist soweit. Ja, das ist nicht. Okay, jetzt kann ich. Ach, ne, kann ich nicht. Ich habe keinen Niko. Ups. Dex hat Niko. Ja, dann müssen wir mal zu dir runter, ne? Ja. Na, guck mal. Das war nicht mal ein Sniper. Der Wutfläch ist ja weggelaufen, als ich da war. 97 Meter. Das ist kacke. Du kannst eigentlich unten ans Dings gehen. Ja, aber die. Da ist keiner mehr in der Nähe. Die sind alle da hinten am Sniper und bloß noch. Wie komme ich denn da zu Hause hoch? Hinten runter, ne? Rüber. Ja, einfach rüber rinnen. Kannst du auch unter uns, wenn du nicht vorst. Die Frage ist, wer liegt es selber. Benni. Einer, der hinten steht. Ich nehme den hinteren. Dann ist das Benni. Warte mal. Hast du Widerstandskopf, Kumpi? Weiß ich nicht, aber glaube ich. Was steht? Du, tot. Nicht tot. Vielleicht eventuell eine Granate hier rauf und so, aber hä? Was ist denn da nur noch Sniper? Man kann da nicht hinkriechen, ja? Hast du versucht gehabt? Ähm, ne, das hat er, glaube ich, nicht versucht. Versuch's es einfach mal. Wir haben mich von links erschossen, ne? Nur so zur Info. Wird schon gehen. Vielleicht kommst du ran, gerade so. Guck mal, vielleicht liegt ja hier irgendein Dude mit ner Sniper und dann kann ich jetzt mal gegen's n Sch***er. Nein, 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 nein. Wow! Danke. das geld noch einer bei mir einer nach hinten einer bei dir links und einer rechts ist doch richtig gehört dass einer römer zu bedenken ich mal nicht alleine aber die sind die sind alle weiter weg nur bei einer ist hier hier vorne ja ich höre ihn wo zirka in sie produziert so ein Plan von wo das stattfand kommt liegt mir da ich jetzt ich weiß nicht von wo der nicht mehr also kann ich hier weg gehen das habe ich jetzt noch ein bisschen dann komme ich zu euch rüber jetzt dann brauche ich das hier auch nicht rumhumpeln glaubt er ist hier unten benni still ist september im moment ganz vergessen ja möglich vorsicht da gerade durch ist noch einer er hat aber eine romero sie mich hier unten ja bei mir wo ich bin draußen aber ja ich bin jetzt hier boden auf tuch auf tuch führung hier ist nichts weitergegangen denke ich denn noch aber irgendwas ist hinter mir gewesen hier hinter mir aber die lief auf dem auf dem blech wälder ich habe ein hier hier im wald ist es hat sich gerade bewegt sind alle direkt vor meiner nase und hinter mir glutet von hinter mir kam noch ein schuss ja kann man schnell looten aber war ein sniper glaube ich nee der hat alarm ich guck da ist einer und auch 255 ist einer wem können wir uns zuerst ich bin brenne typ mal hier unten ab ja ok was helfer ich erkennt das irgendwie nicht von der flasche ja könnte also gut hat so toll geknallt ja oben war übrigens eine müsli box und das gut wo wo ich wo ich bin ja auch draußen wo da ist er irgendwo jetzt hat jemand näher gekommen würde ihn gerne erst hier machen ja er hat ihn hier nämlich gelöscht ja ohne das bin ich da ist ein rotes faust kein bock daraus zu bringen nicht dass der hier brandmenü hat oder sowas habt ihr habt doch gelootet habt ihr gehabt ja keine sekunden mehr ja immer nur einer ist das problem hier liegt übrigens hier oben eine könnte noch mal nutzen haben wir schon denn haben wir schon gelootet ok weil ich den auch gelooten konnte er ist aber in der nähe praktisch durchgelootet da hinten ist eine leiche von einem zombie aber rennt er so weit weg kasten ja ja hier ist er hier hinter läuft hier unten weg läuft hier unten hinter dem stein ist er jetzt hier ach das ist der pisser der mich erschossen hat blutet blutet hier wird immer noch geschossen aus dem wald hier ja ja keine ahnung von der letzte das ist der letzte war hier oben auf dem berg da wo ich gewesen bin hier ja mein freund du hast noch eine sniper nehm ich mir mal kurz würde ich doch nicht ne hat mich getroffen treffen aber nicht gut ne muss näher ran ich hab ihn gesehen hier ist er grad ich muss näher ran sorry leute ich hab ihn gesehen habe ich auch gerade sagen gerade durch er ist da oben oben auf dem berg ja von da wo ich meine füße sind genau gerade hoch der berg das ist jetzt nicht ich muss nachladen geben lebenszeichen hast ja sind alle tot könnte mal gucken ich musste meine pistole nachladen ich bin jetzt darunter ist ja wirklich und werkes runtergejumpter um die akku mal zu kommen das war der sinn hier ist flüster schmied er wollte sich wahrscheinlich die trophäe holen ja damit das ist wohl hier aber war die dämliche idee weil wir waren doch noch zu zweit unterwegs das hat er doch gehört oder hat er damit nicht mehr gerechnet er hat er eben auf mich geschossen da war ich noch hier in dem im kompon die haben beide dasselbe gespielt übrigens neilbau und baseballschläger so viele leichen jetzt rum die haben wir noch nicht weil die habe ich auch noch nicht für leute finden die die jetzt gerne wissen wollen was was für ein sniper der gewehr der hatte dass wir das ding hier da kommen wir nicht ganz gut mit zielen und dem ich und baseballschläger ich bin mit der schluss und stinknormalen hier habe ich beide schon ich glaube wir haben mal wieder alles alles miede geholzt hier hier noch einer also beide hast du ja schon ich hasse es einfach die auch noch mal einer der liegt schon was länger keine mehr sammeln die da hinten haben wir da oben liegen noch zwei da hinten liegt eine oben haben wir den da unten haben wir ja das war der vorher liegt einer da hinten überhaupt den eigentlich erschossen wo war der gewesen der immer die ganze geblutet hat der von benni hier aber ich habe jetzt kein ich habe auch keine zusammeln ja wenn wir alle ist das alles die gleichen charaktere naja mag diesen kunst du zum beispiel gar nicht ist okay gibt schlechteres trotzdem für alle die jetzt gerade noch so so heroisch noch dabei geblieben sind helden des streams alle noch da und warten wirklich noch ganz verzweifelt auf aberration das ist der komponente jetzt gucken wir mal oder auch eine müsli box haben 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 wollen gar nicht mehr haben haben was ist das eigentlich hier was ist was ist das für eine bombe hier wie heißt das ding heißen ist noch die kasse wollte nicht öffnen ich habe mich nur zwei balken gekostet hat sich ja hier heilen auch kurz zum überlegen vielleicht hat uns der deck so einfach nur verarscht was hältst du hier von mir was hast du für gucken ob die fps wieder fallen wie wir letzten mal hatte hier mega fps fps einbrüche warum auch keine das gibt es gibt hier wenig fest im terraforming steine ja wirklich geht es wieder runter es gibt wieder runter warum extrem runter ich sage ja das ist der kompon was soll das aber ich weiß nicht warum das so ist aber nichts problem ich fange euch auf foto das kann man sich nicht antun das tut mir ich mir ich habe mich nicht ganz schön ruckelig bei dir aus weg ja das ist echt extrem gerade ich habe eine fps von 12 gerade gehabt da wo wir vorbeigelaufen sind jetzt bin ich wieder aber ganz keine probleme hast du keine probleme die mann die quatsch liebe abläutern was sagt denn ab und gibt keine art impone das grönt ist sagt in the process wie kann man das eigentlich man hat mir gesagt man kann ja jetzt sich bewerben bewerben bei twitch um auf die auf die homepage zu kommen auf die anfangsseite wie heißt das hier ich bin jetzt immer blutmarken dann hast du eine quest fertig oder wenn du wunderbar gemacht hast da kannst du auch noch kriegen also hier das aufgabe ding